hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen folge man glaubt es kaum auf jeden fall mal wieder wir brauchen dringend prime das ist mal was hier in die schränke hohen quasi ja damit wir das mal wieder irgendwie weiterverarbeiten können ja und heute haben wir endlich vor den mistkäfern mal ein vernünftiges zu hause zu geben richtig das häuschen oder das das kabuff was annie gebaut hat ist ja nicht so geil übrigens hab schon mal da oben den weg weiter fortgesetzt in richtung bergspitze und dort oben sind wir jetzt angekommen im prinzip von der struktur her dass wir oben dann direkt an anfangen können mit dem schloss ich muss mir allerdings erst mal gucken angucken wie das von den gegebenheiten oben auf dem berg aussieht dass man halt irgendwie so von verschiedenen ebenen hat quasi da oben im schloss und verschiedene hütten sowie unten im prinzip am strandhaus das alles so ein bisschen sich in den stein integriert ja der vorteil ist ihr wisst ja noch an die hat ja gerne stein auf dem gewissen da oben kann man keinen stein wegreißen steine sind steine da oben kann man keine steine wegreißen das ist richtig hast du eine ahnung was ich da oben alles wegreißen kann aber ich will ja da hast du den ganzen bergab tragen nee ich will da ja gar nichts ganz und eigentlich hallo mit freund ist ein bisschen metall sammeln wir müssen erst mal unten das zum metall weg machen warum herum steht ich kann ja mit maya auch noch helfen werden es reicht also sagt man maya will auch mag man maya kann ja hier oben mal kurz gegen geschlagen naja oder hat mir gedacht der volk was nehmen wir denn mal vor schrecken eigentlich schaden woher nicht mehr trage cover bräune jones schaden umso schneller geht es mit dem abbauen so sieht es aus ja dann war das mal da unten weg damit wir den stall oder hier ist es auch kein stall ist ein gehege es ist ja es ist dann ein gehege ein mischen was reicht ja klar also die müssen ja nicht komplett eingeschlossen sein es ist ja noch wichtig dass sie halt im prinzip nicht aus büxen können erreicht ja wenn man hier ich mir von welchen zimmer mit ein paar readings drauf sollte im prinzip erreichen wo das ist weg sehr schön und zum brunhilde vielleicht ein bisschen wegpacken wobei es eigentlich noch geht ich glaube das geht noch das sind doch nur fünf käfer ein eisig ihr müsst auf jeden fall gucken dass wir das irgendwie so bauen dass sie nicht ständig vom eingang stehen das ist ganz besonders wichtig ja ich habe jetzt erst mal vorbei hallo smiley hat auch level ab das kriegt ihr denn mal wieder fleißig am leben ich brauchst du ja nix die gute smiley warum sowieso nicht hier raus oben aber falls aber rauskommen sollte kann ein bisschen lebenspunkte und warum man die schaden vielleicht ein bisschen nach am schaden oder mehr lebenspunkte 11.500 sehr schön das sieht man was ordentlich blutig gelabelt einmal blutig gelabelt bitte so und sorry für den harten cut gerade eben aber wir haben hier immer das glück oder auch pech besser gesagt dass vor unserer tür oder vor unserem fenster das schienenfahrzeug mitten in der nacht lang fährt das schienenreinigungsfahrzeug ja genau das ist richtig das schienenfahrzeug haben wir öfter malen straßenbahnen aber hier die reinigen nachts immer die schiene und das ist natürlich dann mal klingt echt extrem scheiße ja das ist mega laut und dann hat man die ganze zeit störgeräusche von daher haben wir gerade mal eben so einen krassen cut gemacht aber keine sorge wir wohnen hier super ja an sich wollen wir super ist halt nur laut was ist denn das was denn hä ja das was denn augenkrebs die patschiser haben sich gefreut was sagst du was hast du denn jetzt für ein problem ja super das ist genauso wie rosa fußnägel für roxy ne das stimmt so nicht das ist nicht vergleichbar augenkrebs wirklich augenkrebs das ist doch nicht schlimm das ist hier nicht schlimm das ist ein schöner mix das ist total murks ist das schwarz rosa finde ich super das ist total rotze jetzt baue dieses ding da los was denn ach so Mistkäferstall ja Mistkäferstall dein auftrag ich musste mir jetzt gerade die zeit vertreiben wegen dem blöden fahrzeug da draußen zeit vertreiben ey das rupp ich wieder ab nein das ruppst du nicht ab doch nein 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 ey das soll nicht alles kunterbunt hier aussehen wir sind ja nicht im zirkus kunterbunt? wir haben schon flying zirkus hier auf dem server reicht wenn der osttripe hier kunterbunt rumrennt so ich muss jetzt erst mal foundations bauen und danach sehen wir weiter erstmal müssen wir die käfer hier herbringen weil sonst bringt das nämlich nix wenn die käfer nämlich nicht rein wenn wir eigentlich noch rum ja wir sind alle auf wandering ne sind sie nicht nicht hast du die ausgestellt das ist sicher stimmt man hast nur die deaktiviert also nicht keine ahnung letzten sogar mal da sind wir schon wieder zurück mensch das schienenfahrzeug war gerade schon wieder da wir mussten gerade mal eben wieder einen cut machen wir wollen euch ja nicht damit nerven ich meine rechte wenn uns das schon nervt nachts um halb eins quasi oder viertel eins ja das ist wahnsinn das wahnsinns fette beute so wir wollen auf jeden fall hier jetzt unsere foundations hier bauen also unsere fans foundations sozusagen und im prinzip die käferchen in den käfig sperren das stimmt also im gehege ist ja kein käfig direkt hat ja kein dach und sowas einfach nur halt dass sie hier rumhängen können quasi frei laufen können jetzt ist aber die sache ich habe jetzt gerade so eine fans foundation in der hand wenn ich die aber hier hinsetzen will dann guckt die so weit aus einem stein raus das macht ja nix die können ja nicht unten drunter durchkrabbeln können sie nicht nö ok dann guck dir das an ist eine ahnung musst du halt natürlich gucken dass du entsprechend hier ratings drauf bekommst zwei stücken das ist die grundvoraussetzung das kann ich ja gleich mal testen Nummer 1 ah ok der zweite passt schon gar nicht mehr gut dann etwas weiter nach vorne du kannst ja auch warte mal du kannst ja auch wenn du es nicht so brauchst sondern etwas so schräg hier quasi hier oben so in diese lücke rein ja 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 ich verstehe das sollte glaube ich auch ganz gut funktionieren ich muss es erstmal erwischen hier wieder zum abbauen so also warte so richtig in die ecke rein oben richtig in die ecke natürlich so können die da noch vorbeilaufen so warte mal das ist im prinzip das ding ungefähr hier endet sozusagen also hier so an der stelle wo dieser das ding da ist hier quasi ja und naja mal gucken also wenn wir es hochbauen das ist dann abschließend mit dem stein oben warte mal ja ist schwierig wenn man es nicht sieht wenn es dort im boden steckt quasi ja aber sollte ganz gut funktionieren ungefähr so kannst du mal ganz kurz bei mir gucken bevor ich setze äh nein links hoch hier von hier in diese ecke rein und nicht irgendwie so parallel dazu naja habe ich ja probiert das geht halt nicht hier so natürlich geht das hier ach so also warte mal hier so ja nein hier so gerade in diese ecke rein in diese ecke ja genau so so rum joo und da sind wir schon zurück in das schienenfahrzeug wird uns heute echt ein bisschen auf den zünder gehen aber jetzt ist es weg wir haben es gesprengt ja genau wir haben es aus dem fenster geworfen und es hat lichterloh gebrannt jetzt geht es uns hier super nein natürlich nicht so was würden wir nicht machen wir haben abgewartet bis das blöde schienenfahrzeug seine 30 runden gedreht hat und jetzt abgezischt ist in der zeit haben wir es dann doch mal geschafft hier drei solche lustigen oder eine foundation plus zwei railings zusammen drei strukturen zu bauen die jetzt auch irgendwie passen in der hoffnung dass die käfer da nicht rüber krabbeln und ich versuche jetzt hier irgendwie mal in den vorgesehenen bereich zu zotteln das wird hin und vorne nix glaubt du musst auf den berg rauf weil sonst kriege ich es nicht geschissen ja ich könnte die auch alternativ hochheben und fallen lassen wenn das ding fertig ist ja wo willst du die fallen lassen also ich meine die frage ist man bleibt ja wahrscheinlich wieder hängen überall ich meine du kannst erst mal hm keine ahnung bauen wir weiter hier weil sonst wird das nämlich nichts ja ich muss erstmal stoppen hier so ja ich baue weiter muss jetzt auf jeden fall so bauen dass das dinge vorne zu ist auf keine lücken haben ja das wird etwas spannender von der ausforderung her also ich bin gespannt wir werden ja gleich sehen ob es funktioniert wenn es nicht funktioniert das funktioniert auf jeden fall nicht das kann ich jetzt schon sagen warum weißt du das ja weil das viel zu weit drin ist das habe ich jetzt nicht gesehen das tut mir leid das ding hat hier so eine sonne feiler die unten rausgucken ja du hast gerade zwei ja man erkennt das leider nicht ja das ist richtig das problem du stehst auch ein bisschen im weg manchmal gar nicht im weg ich stehe ich stehe super ich muss jetzt mal gucken wo das losgeht aber das nepp sogar theoretisch doch es würde theoretisch ran snappen aber dass die falsche richtung ne ist doch richtig da in die richtung oder wo dann hier in die richtung das ist falsch aber das wird so naja ich krieg das schon hin irgendwie krieg das hin ach komm ey verarsch mich doch hier nicht ja dann baust du doch einfach so und dann ist auch nicht das problem ja auf einmal ist es wieder zu kurz ja dann musst du es richtig bauen das ist wahrscheinlich auch nicht du siehst ja gleich wenn du den links drauf bauen willst das ist gar nicht so schlecht eigentlich naja das problem ist wahrscheinlich jetzt gleich oben doch ok das ist nur gut ja es ist nicht perfekt aber ich könnte noch eins bauen ne ne ist super ja ist ok du kannst es mal so lassen ok oh man ey jetzt kannst du natürlich das gerade ran snappen theoretisch naja wie meinst du nach vorne weg oder was na hier so einfach hier so rein ja gehen wir weg das war jetzt vorgegeben ne war es nicht quasi doch das war der snap point ne das ist schief gebaut da siehst du dass das nicht ran gesnappt ist dann hast du beim snappen das versaut toll ach so wir brauchen jetzt noch eine tür haha ja die brauchen wir ich werde mal eine tür bauen glaube ich mach mal bring mal eine tür mit material structure ne verdammt das snappt doch nicht stone reicht ja rein theoretisch snappt immer nur in die falsche richtung ist doch nicht wahr könntest du bitte richtig snappen das ding verarscht mich das snappt in alle richtungen nur nicht in die in die es soll na du musst wenn du wenn du direkt hier rankommst naja und das langsam nach unten ziehst von der bahn her naja ne du stehst falsch du musst genau hier so stehen davor doch du stehst ja dann gehst du ran und gehst lange mit der maus vorwärts siehst du ne hoch ja ja warte da war es grad aha 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 der baumeister hat gesprochen naja nicht schlecht das ist erfahrung jetzt ist natürlich die frage die frage aller fragen äh wo zum hängen geboren wird die tür hin na irgendwo hier vorne na das problem ist nämlich wenn du hier versuchst rein zu kommen geht das nicht weil du kommst durch die tür nicht rein weil es berg hoch geht achso aha naja da muss ich mal rein krabbeln wirklich kriechen das sollte doch funktionieren oder nicht hm ich weiß es nicht ich würde schon denken schon ich muss jetzt mal gucken dass ich die irgendwie noch ein bisschen besser sortiert kriege aber die tür würde ich auch eh noch weiter hier hinstellen naja können wir machen gut wollen wir weiter ja mache ich dann äh gleiche vorgehensweise haha ok moment ah da war es wieder habe ich hö 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 jetzt muss natürlich noch zusehen dass du langsam weiter in richtung berg kommst ja ja da würde ich jetzt auch genau die kurbe nehmen ich wollte ja nur dass die hier so ein bisschen eingeschlossen sind warte mal ja sind jetzt alle käfer drin eigentlich schon es sind fünf ja es sind fünf sehr schön ich habe die ja vorhin komplett auf follow gesetzt mhm so jetzt und hier drüben bei denen können wir auf jeden fall nochmal was hochbauen dass die auf jeden fall auf gleicher höhe sind die gitter quasi ja aber das können wir machen wenn es fertig ist so weitermachen warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal ich guck mal da können wir hier vielleicht die tür bauen weil das würde rein theoretisch passen ja das stimmt wohl so die hübsche steintür da machst du aber noch Metall draus ne ja erstmal will ich es so haben testen und ne so kommt man schon rein das ist klar aber wir müssen halt mal gucken ob wir jetzt noch etwas obendrauf gebastelt kriegen mhm warte mal wahrscheinlich nicht doch ok super und ich guck mal mhm ducken ja ducken geht ok es ist nicht optimal aber es ist auch nicht ganz verkehrt aber es reicht doch aus also das ist ja auch eine natürliche ok luke zu lebensbedingungen äh dann hole ich mal vielleicht gleich eine Metalltür ich wollte jetzt nochmal gucken ob es funktioniert ja mach mal nicht dass wir die Metalltür verschwenden das gute Metall reicht schon wenn wir den Railings und Ceilings äh quatsch von Foundations schon versemmelt haben ich muss jetzt auch welche bauen ich habe vorhin schon beim rumprobieren so viele versaut naja und hier ist schon wieder ein Speedway das nervt mich dass wir nicht hochkommen ey das ist echt kurze ja das ist noch blöd aber die müssen halt dann da auch weg ne die müssen dann nicht weg das Metall muss weg das Metall muss weg aber das kriegen wir ja nicht achso wir wollten da ja eigentlich was hinbauen dass da nicht immer die Metalltür oh da liegen sogar zwei Eier hab ich grad gesehen halleluja da muss ich mal hin mach mal wenn du die Metalltür gebaut hast weil dann kann ich nämlich hier weitermachen ok ja du kannst auch so weitermachen also die Metalltür hält dich ja jetzt nicht auf sagst du mich hält ja alles auf was mich aber auffällt ist wenn das Ei weg ist das wäre total uncool das stimmt das wäre ja bitter Spinoa haben wir jetzt nicht wie Sandbammeer ne muss man einfach mal sagen ja das funktioniert immer wieder oh ne das ist schwierig vielleicht solltest du hochfliegen ich hab's geschafft jetzt kommen wir hier natürlich nicht rüber da fällst du gleich wieder rüber oh wo bin ich denn gerade ich bin irgendwo gerade im Stein schön in den Stein rein Mario cheatet sich ja durch die Gegend bin ja grad voll in den Stein gefallen also bei meinem Glück fahre ich beim nächsten Mal durch oder so ja ich glaube auch da fällst du durch die Wand äh durch die Wand durch die Welt durch die Welt genau durch die Welt was soll ich bauen eine Metalltür eine Metalltür da Craft Item Craft Item sehr schön mhm dann haben wir nämlich auf jeden Fall schon wieder ein Stück der Basis fertig es nervt nämlich und falls ihr euch wundern sollte wir haben beim letzten Mal ja den Sprungdurm gebaut deswegen haben wir heute keine Klamotten an wir waren jetzt sofort alles wieder anzuziehen ja falls wir nämlich weiter bauen außerdem ist es warm es sind 24 Grad und uns der Spaß zu bekommen wir wieder runterspringen wollen hätten wir wieder alles ausziehen müssen deswegen haben wir gesagt okay wir lassen uns gleich weg ja richtig so so dann hätten wir nämlich auf jeden Fall schon wieder ein bisschen mehr vom oder von der Base fertig mehr der Überlegern bis mal dann mal gucken dass wir die Rest noch umparken irgendwie die Schildkröten im Turm und die Toren vielleicht mal irgendwann so erstmal hier kurz alles weglegen ja mach mal 3 Spino habe ich schon gefunden nicht schlecht nicht schlecht Herr Specht mal gucken dass ich hier auch wieder einen guten Snappoint erwische wird natürlich jetzt spannender wir müssen natürlich gucken dass die dann idealerweise nicht vor ja wenn du jetzt gleich baue mal so ein Dings drauf ach so dann siehst du nämlich ungefähr wo du ran musst okay du musst jetzt also gucken dass du das möglichst so schräg baust dass es direkt oben abschließt also musst du genau den Winkel finden ja hast du noch genug Railings ja ich habe gerade wieder neue gebaut okay eins zwei drei mal gucken das kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht mit dem Snappoint 8 9 10 11 oder ich stelle mich mal rein vielleicht geht das auch ne das wird wahrscheinlich mit dem Snappoint nix ne da musst du richtig so nochmal bauen ja dann mit ein bisschen Glück mit ein bisschen Glück also elf Stück oder so brauchen wir noch hast du ne 11 na ich habe so ne Radings und ja sechs Foundations wenn ich also jetzt nicht mehr so viel versauere warte mal das könnte hm ich glaube das ist zu weit weg das sieht schon wieder so blöd aus na du darfst du nicht vergessen wenn die Gitter drauf kommen dann geht das automatisch ein Stück hören ne Structures ich brauche mal ein paar Railings schade der nicht ja ich will ein bisschen mithelfen ah der zeigt dir meine falsche Richtung schade man na wie gesagt du musst es halt so bauen dass du das ist nicht ran snapt quasi weil es geht sonst nicht naja das habe ich schon es kann durchaus sein dass du das railing wieder weg machen musst und dass du dich doch die Foundation drauf stellst zum bauen weil sonst kommst du nicht ran du wirst wahrscheinlich ist man meiner vermutung ich probiere das jetzt mal ganz kurz hier Moment boah hallo schulies Mensch an deinem Weg das blöde ist man kann ja nicht auf so einer Foundation draufstehen deswegen sagte ich ja auf einer Foundation kann sonst stehen aber vielleicht noch railing aber hier rutsch ich immer runter hier sind noch railings achso ja guten morgen guten morgen jahre später ja es ist hier nicht perfekt glaube ich ich meine wenn es jetzt zu ist also ja okay sieht super aus ey nicht dass die hier durchkommen ich habe hier wirklich die Befürchtung dass die da durchkrabbeln können hier so ne da unten passt nicht durch hallo sagst du die sind auch durch den Käfig gekommen ja dabei Käfig ist was anderes also meinst du eigentlich müsste das wirklich so eine ich meine wir können es ja mal beobachten ich meine wir können es ja mal beobachten jetzt ziehen wir nochmal zwei railings oben drüber ja mache ich überall also hier vorne jeweils eins hier kommen zwei drüber dass es einigermaßen gleich aussieht dass es ungefähr auf gleicher Höhe ist ja okay ey was ist denn da los jetzt hat er einen naach na egal ich hab da eins grad falsch gesetzt warum na hier soll da auch nichts denn hier ach so na du musst ja nicht gleich hoch ja weil das hier habe ich aus Versehen gesetzt das wo ich grad hoch springe na ist doch in Ordnung wenn jetzt hier eins baust dann ist es doch ungefähr gleich hoch na jetzt müssen wir mal gucken dass ich da noch ja ist doch okay jetzt brauchst du hier noch eins und hier noch zwei ja mann mann was für ein hoher Turm hier zwei jeweils ja ja und ich jeweils aber überhaupt und eins hier hinten ja wenn es noch passt wenn nicht dann passt nicht ja gut dann ist okay schade ey das sieht aus wir haben natürlich das problem wenn die hier irgendwie zufälligerweise sagen sollten okay wir wollen hier unbedingt vor dem Tor stehen kommen wir nicht rein ja dann haben wir wirklich Pech aber dann hoffen wir doch einfach mal dass wir das nicht sagen werden wenn wenn die hier auch wandern stehen dann werden die das doch immer auf die Reihe kriegen da so ein bisschen sich zu verteilen ja ich sage mir hier schon mal die kacke die können nämlich gleich wieder voll machen na ja ich habe schon den Dünger raus das ist halt die Frage wir haben ja beim letzten mal nicht also die haben ja nicht ewig rumwandern lassen so auf jeden fall noch ein bisschen mehr auf Gewicht du meinst was passiert oder also wie lange da irgendwie was drin bleibt oder ne wir hatten ja das wird ja so deaktiviert ja weiß ich ja auch wir haben ja noch ein bisschen was so wird schon oh der braucht nicht immer ja geil ja nimm mal raus was laufen sie los Vorsicht ich gehe auch mal schön die Luke zu machen ja ja Luke ist zu ich wollte ja nur schon ein bisschen kacken hier wieder reinpacken ja was hat der drin die große das ist egal die müssen nicht zusammenhängend sein nicht da ist irgendwas rein ich dachte dass das ne du musst das schon einfach so bauen dass es halt halbwegs ausgeglichen ist vom Maximum Gewicht her mhm ok ich finde das sieht gar nicht so schlecht aus ist in Ordnung glaube ich ich habe gar nicht so viel kacke hier boh ich weiß du wir hatten die kacke glaube ich ja ich hatte jetzt gerade nicht so viel gesammelt und hier in diesen Dingern sind glaube ich auch noch kacke Häufchen drin aber Apollo komm Apollo gib mir dein Häufchen na hier ein Dings oh Gott haben die Dinger gemacht wer denn was denn wo denn na hier in den Dingern alles rausnehmen und wegruppen ach ja stimmt das liegt ja so Ewigkeiten schon drin alles rausnehmen und wegruppen ja stimmt wir müssen ja aufräumen kommen wir eh nicht mehr oh hallo Quetzal Ei wir brauchen ja noch mehr wir brauchen ja noch mehr so was hier drin da ist nur Dünger drin den nehme ich aber auch raus und ruft dann gleich die Kiste weg ja alles rausnehmen und weg machen ja ja das habe ich jetzt schon verstanden ob du es glauben magst oder nicht ne ne ich habe es verstanden ich glaube es nicht ich glaube ich habe es sogar verstanden ich glaube es jetzt nicht ich glaube aber ehrlich gesagt dass ich es verstanden habe ja aber den Dings kann man weghauen was man vielleicht auf jeden Fall noch düngen sollte sind die Narko Berry Beete oh ja also nicht das was macht ihr denn hier also die Käfer zusammen die hängen schon wieder sowas von ab und es regnet sehr schön endlich mal wieder ja also ich glaube es schadet nicht wenn wir die Beete mal voll hauen mit dem ganzen Zeug ich habe auch noch so viel Dünger in der Tasche das wollte ich eigentlich für die Abwehrpflanzen ja immer nehmen wir kurz hier drin hauen erstmal in die Blumenbeete die Abwehrpflanzen müssen wir ihn neu bauen oben die sind glaube ich nicht optimal jetzt wo da an der Stelle kein Tod mehr hin muss ähm so drop nein eben schon ordentlich produziert hier ist auch noch Kacke drin hier ist auch noch Kacke drin wunderschön so muss das noch mehr Kacke komm her oh nein jetzt bin ich überladen so geht das nicht überladen sein finde ich nicht okay ne ich würde sagen wir machen jetzt trotzdem erstmal Katja an der Stelle weil das auffüllende Beete braucht ihr euch jetzt nicht angucken wir sind nämlich schon durch mit der Folge heute ist ja Wahnsinn etwas früher schluss als sonst aber es macht nichts denn neuer Content ist dann beim nächsten Mal fällig mal gucken was wir dann machen vielleicht ein bisschen weiter bauen das wir einfach mal ein bisschen Ordnung ins Chaos unserer Tiere bekommen das ist ja nicht mehr feierlich ja erstmal das und zweitens der Grundstein muss doch gelegt werden ja der Grundstein oben ist schon fast gelegt genau der ist fast gelegt aber der soll ja wirklich richtig gelegt werden nicht nur fast dann müssen wir bis dahin ein Bier brauen ja das kriegen wir hin dann feierlich anstoßen das stimmt besoffen vom Bergfallen ja voll das können wir auch machen richtig gut das ist wie woanders auf dem Bau ne einfach immer die ganze Zeit völlig betrugen gut also danke fürs Reinschauen lasst uns mal Kommentare da und wir sehen uns dann morgen wieder hier bei ARK bei einer neuen Folge und bis dann einen schönen Tag wir sehen uns bis dann ciao und bis dann ciao